Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rocket Leech, zusammen mit Gary. Hallo. Wir spielen wieder unser schönes Ranked-Ding gegen zwei Gegner, die einen über 200er Ping haben. Leck-Game. Aha. Ja, was geht denn da ab? Oh, ich habe meine Fallrückzieher-Streak. Premium-Vorlage. Nachdem ich vier Fallrückzieher rausgezogen habe, habe ich noch die perfekte Vorlage gebracht. Und im Ranking stehst du jetzt natürlich über mir, obwohl ich die ganze Arbeit gemacht habe. Das ist auch so eine Logik, ey. Jo. Bam. Ah, nein. Komm schon, der muss jetzt sitzen einfach. Oh, ich. Das muss einfach klappen. Yes. Aber es war nicht schön. Wow, 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 scheiße. Der ist daneben. Oh, nein. Ich hole ihn hier. Oh, nein. Oh, wie geil. Glanzparade, wa? Aber den hole ich mir. Jetzt mach ihn aber. Ich schubst ihn an für mich. Ja, war okay. Oh. Oh, er hat mich ein bisschen an... Oh, oh. Nur Rückkehrsgang, Rückkehrsgang gecleert. Yes. Sehr gut. Ah, schade. Wenn ich ihn jetzt von der Wand so schön gespielt hätte, wie ich mir... Oh, Lecky hat mich gerade gerettet, dass der geleckt hat. Oh. Oh, nein. Ich hab den in die Vorlage gegeben. Oh, nein, er kickt mich. Ich muss mir heute dringend niederholen. Ja, dann mach mal. Ich versuche ein Messi-Ding. Erst ausspielen mit dem Pfosten und dann schießen. Leu. Oh, du bist so ein Mongo. Du bist so ein Mongo. Ohne Scheiß. Und schon wieder über dir. Da spiele ich mir einfach wieder mit dem Messi aus und dann schieße ich. Und was machst du? Du schießt auch noch gegen den Gegner. Hey, ohne Scheiß. Ich muss mir andere Teamkollegen suchen. Tu das. Solche Loops, ey. Da spielt man ja nicht mehr zusammen. Punkte geil sind sie. Sonst nix. Der läuft bei mir. Oh. Na, schau dir das doch an. Hast du extra so lange gewartet, weil ich hoffe, dass du kriegst eine Parade für, ne? Gibt mir Punkte. Ganz genau. Warte, ich komme. Der ist sie. Gehegegen und der Schleimarm, das sieht's nicht. Hm, schade. Weil der Schleim fällt dann nämlich noch von der Decke zu Boden runter. Der sieht richtig cool aus. Komm schon, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Ah, der war schneller wie ich. Und ich hatte kombiniert worden. Und der verkackt. Und raus damit. Bad. Oh. Sehr nett von ihm, ne? Und ich verkack's. Aber der ist daneben. Zumindest mal irgendwas. Oh, no. Oh, ich hab ihn zu langer angespielt. Ah, ne, ich hab ihn richtig gespielt. Aber jetzt kann ich ihn perfekt. Die Ecke haben. Schau mal, ich bin Taktiker. Ich hab drei Vorlagen. Spielmacher. Schau, ich bin der wahre Spielmacher. Das Spiel hat's erkannt. Du bist eigentlich nur der, der draufhaut. Ganz genau. Und die Punkte hast natürlich dann du minimal mehr wie ich. Ah, du hast drei Tore und hast gar nur 80 Punkte mehr wie ich. Das ist schon irgendwie ein Witz, gell? Der läuft halt. Da hab ich mehr von dir erwartet. Ja, du hast dreimal so viele Tore wie ich und hast einfach nur 80 Punkte mehr. Das ist echt richerlich, muss ich sagen. Oh, fuck, ich hab' gefehlt. Wie, da mit Kopfhosten war mit einem Weg. Oh, Messi. Überlupft. So, und jetzt... muss ich den da ausspielen. Fast. Hol' ich mir. Hol'st du dir? Okay. Ne, sorry. Ich hab' ihn auch bekommen, weil ich mir fast dachte, dass du ihn nicht trickst. Wie kommst du denn da drauf? Keine Ahnung. So ne, Eingabe. Also so ein von 100 Vaymen trickt er nicht und ich wusste, das ist der Ball. Und über... Nein! Der springt noch. Ich hab extra gewartet, bis er knapp vorm Ball ist, um ihn dann nach oben zu spielen. Oh, nein. Versuch' ihn zu flanken, ne. Ah, doch. Ja, zwei hinten. Ich nur noch mich genug orientiert bekommt. Nein! Jo, ich bin hinten. Den scheiß Torwart. Nice one. Kommt der vor? Ich versuch' ihn vorzuspielen, nein. Okay, aber der fliegt auch am Tor vorbei. Ich bin wieder zu winnen. Nein, der hat ihn nicht bekommen, oder? Oh mein Gott. Na, und weg damit. Ein bisschen. Ich brauch' ganz dringend Nitros. Nein! Ich hab' jetzt... Es geht nicht rein, es geht doch rein. Scheiße. Aber, aber, 4-1. 9 Sekunden. Das train' ich nicht mehr. Was auch immer du da getraint hast. Ohne Nitro konnte ich den nämlich nicht halten. Darum konnte ich nicht in Tor stehen, bleiben so und musste drauf gehen. Jo. Komm schon. Mach Messi-Style. Du kannst das. Ich glaube, er hat dich. Jetzt sicher. Der alte Pfosten-Trick. Ich sag's dir, der funktioniert immer. Jo. Einfach gegen den Pfosten legen, weil Tor-Innenseite decken muss er den Pfosten nicht. Dann sind wir da überrascht und dann musst du einfach nachschießen. So, die hab' ich auch gegeben. Ja, was sollten sie auch machen. Hast du gesehen, wie lang der Ball ging? Jo. Ja, da kann man schon mal in Chi-Chi schreiben. Wenn ich sagen, war die erste Runde immer wieder erfolgreich für uns. Und die zweite wird's hoffentlich auch. Und dann könnte ich tatsächlich endlich Bronze 3 sein. Auf jeden Fall spielen wir wieder gegen ein Pärchen, so wie's aussieht. Die Zeit habe ich mir fast keine Einzelleute, ist mir aufgefallen. Mhm. Wahrscheinlich auch wieder ein Veteranen-Pärchen. Auf jeden Fall fahren sie nicht. Oh. Okay, das sind so, das sind so Torsacker. Die immer im Tor stehen bleiben. Aber das kann ich auch. Oh, sehr schön. Richtig schön. Wenn du den anderen jetzt auch noch ausgespielt bekommst, bin ich dir sehr dankbar. Scheiße. Nee, nicht sein Ernst, oder? Ich hab' zwei Qual-Kontakte dran gehabt. Oh Mann, Alter. Die halten mich hier echt abkratten. Nein. Ja, da hat er natürlich genau auf meinen Torfenwinkel geschossen. Danke. Schau, alles vor mir hatte ich gedeckt. Nur das einzige Eck hinter mir hat er angeschossen. So, Torwart kommt raus. Den hab' ich. Oh, schade. Warum trifft der den jetzt nicht? Fuck, oh, ich hab' kein Nitro. So, Torwart ist ein Tor, da wo er hinkommt. Ich hab' ihn zurückgeschickt. Zurück in deine Ecke. Oh, der hat mich zurückgeschickt. Oh, aber jetzt kommt er. Ja, lass mich. What? In meinem Kürzgang bin ich noch nicht so getraint. Ich hab' ihn gehört. Oh. Der war schön gecleatet. Auch wenn ich dafür gar nichts bekommen hab'. Weder ein Befreiungsschlag, noch irgendwas. Okay. Okay. Tu's ja fürs Team und nicht für die Punkte. Ah, der wollte schießen. Nice try. Da hat er mich angeschubst. Auch sehr nett. Der schubst den Ball wieder weiter Richtung hin. Sein Tor. Oh. Oh. Vielen dabei. Sind sie natürlich. Sie hätt' jetzt auf die andere Seite spielen müssen. Jo. Natürlich, mein Fallrückzieher wird sofort in den Schuss umgewandelt. Die beiden sind nicht schlecht. Aber jetzt haben sie einen Fehler gemacht. Sie sind beide auf den Ball drauf. Kommt in die Mitte. Ah, schade. Wieder zu spielen? Ne. Ausreichend. Ausreichend, um drüber zu hauen. Oh, ne. Der hat mich zum Kauen. Musst du dich immer verpugeln lassen. Sehr schön. Oh. Jo, du hast Zeit, du hast Zeit. Oh. Nicht mehr. That's it. Come on, nice. Nein, jetzt spielt er natürlich genau in meinem toten Winkel wieder vorbei. Du. Kann ihn hier schön abgefälscht. Oh, nein. Ja, doch, doch, doch. Richtig schön. Da richtig schön abgefälscht. Wieder mit dem Fallrückzieher. Der war doch perfekt. Jo. Wie schwerst du dich denn? Dann dachte ich, der wäre drüber. Oh, schade. Doch, ich habe getroffen. Und? Ich setze nach. Ich habe sogar einen Schuss bekommen. Dafür. Oh, der ist daneben. Oh. Ja, jetzt ist noch ein zweit noch vorbei. Nee. Ich wusste, dass der nachsetzt. Ich bin noch zu weit hinten. Ja, dann mache ich halt einen langen Ball. Ich späze. Ich komme langsam. Oh, no. Schade. Und ich bin da. Und die machen sich gegenseitig weg. Oh. Oh, kein Nitro. Mann. Ah, manno. Verdammt. Kompliment. Da hat er mich ausgespielt. Das ist nämlich genau das, was ich die ganze Zeit mit dem Gegner mache. Auf sie zufahren, die Seite weglicken. Jo. Und da das bei mir fast nie jemand macht, rechne ich nicht damit. Er gefällt mir nicht. Da wollte ich jetzt nicht drauf fahren. Oh, nein. Oh, Gott. Du suchst das immer wieder, ne? Ich dachte, du fährst raus Richtung Wall. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Doch, doch, nein. Ihr erwischt. Ah, Dunster. Ich versuche, dass wir die Flugrichtung zu ändern. Nachspielzeit, natürlich. Oh, nee. Ich habe ihn hochgelockt. Und jetzt habe ich ihn flachgelegt. Der geht daneben. Ja, warte. Nein, der ist zu hoch von Fallrücktes hier. Ja, aber nice. Ich brauche Nitros. Sind schon da. Oh. Fahr hinter. Ich auch. Ja, Mann. Kann die tot. Ich erwarte. Ja. Zauberes Ding. Wenn der getroffen hätte, ne? Wäre es andersrum ausgegangen. Ja, der ist so flumm. Na ja, Leute. Ich würde sagen, es war dann schon wieder der nächste Sieg hier. Und mir fehlen noch vier Punkte auf Bosset 3. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.